Das ist keine Gerichtsverhandlung, das ist nur eine Anhörung, die zu führen meiner Amtspflicht ist. Ich... ich hab ihn erschossen. Ruhe, bitte! Bitte Ruhe! Regen Sie sich doch nicht so auf, Mr. Seedon. Erklären Sie nur alles so, wie Sie es mir bereits dargestellt haben. Ich war mit Sir George auf Entenjagd. Ich bin dabei nach unten geraten, ans Flussufer, wo das Schilf ist. Und ich... ich hab geschossen. Ich hab ja gewusst, dass ich so tief gehalten... Es glaube ich. Ich habe mich so gesagt. Irgendwann Lewis ist eine Freizeitze. Achst, dass ich keine Freizeitze gehalten habe. Und ich werde mir sperren lassen. Auch ein Frasch-Ent insultiert worden. Aber ich schrebbeniiche die Haare! Und... Ich verional 생각 dafür. Dass ich hier kern Courtet was davon hab, das ist ... Also hieruryst usa ich mich wieder mal auf uns. Und ich habe eine Maja zwischenرht. Und ich bin deshalb drin. Ich bin sauber, während man das zu Altschatton informiert. Und ich bin. Und ich bin, also... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020